Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, 50 Jahre Olympische Sommerspiele 1972. Dieses Jubiläum wollen wir zusammen mit Ihnen feiern. Das städtische Blauungsreferat hat deswegen eine wunderbare Ausstellung hier in der Kassenhalle im Rathaus kreiert. Ich lade Sie ganz herzlich ein, es ist täglich geöffnet, sich einfach ein paar Eindrücke zu verschaffen, wie 1972 ausgeschaut hat, was seit 1972 passiert ist, und einen Blick auf ein unglaublich schwieriges Modell der Stadt München des Olympiaparks zu werfen. Es kostet keinen Eintritt. Sie sind herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Ihr Ur-Bürogemeister Dieter Reiter.